Mein Name ist Maik Franz, ich bin der Geschäftsführer von der Eleven Teamsports Academy. Wir haben ja fünf Sterne auf der Brust und diese fünf Sterne, die stehen für Fitnesstraining, vor allen Dingen aber für Fußballtraining, für mentale Begleitung, für das Thema Ernährung und für das Thema soziale Welten. Wir wollen den Kindern ja einen Zugang zu dieser ultimativen Welt von Eleven Teamsports und Nike schaffen. Wir kriegen ein komplettes Outfit, also von Trikot, Hose, Stutzen, da sind wir brutal professionell aufgestellt. Thema Fußballtraining in allen seinen Facetten, mit technologischen Hilfsmitteln wie zum Beispiel die Sportstation, die A-Champs, wir haben Kick-ID am Start. Da sind wir auf dem neuesten Stand, um einfach auch Kindern auf Augenhöhe zu begegnen. Everybody is a Pro und jeder ist auf seine Art und Weise ein Profi. Wenn wir auf unsere Fünf-Meter-Darts schießen, wenn wir mit der Sportstation in die nächste Challenge reingehen, das sind Erlebnisse. Wenn mal der ein oder andere Profi kommt, der Ex-Profi, wo die Kids dann einfach auch mal Fragen stellen können, das sind Erlebnisse. Wenn ihr eurem Kind eine schöne Ferienzeit, ein Ferienerlebnis schaffen wollt, dann meldet ihr es bei den Eleven Teamsports Academy Camps an. Und hier habt ihr die Möglichkeit, einfach neue Welten zu entdecken, aber auch die Altbekannten zu erleben. earthen Untertitelung des ZDF, 2020